Muss ein deutsches Geldinstitut eine überzahlte Rente an die deutsche Rentenversicherung zurück überweisen, wenn das Girokonto gelöscht worden ist? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich berichte heute aus einem Gerichtsfall vom Bundessozialgericht, und zwar hier vom großen Senat des Bundessozialgerichts. Es ging hier um die Frage, ob eine Bank überzahlte Rente für den Fall zurück überweisen muss an die deutsche Rentenversicherung, wenn das entsprechende Bankkonto, das Girokonto durch die Erben schon gelöscht worden ist. Dieser Sachverhalt ist am 20. Februar 2019 entschieden worden. Und zwar geht es darum, die deutsche Rentenversicherung hat einer versicherten Frau monatlich Witwenrente überwiesen, und zwar auf ihr Girokonto bei einem deutschen Geldinstitut, und diese Dame verstarb am 19.11.2009. Am 24.11.2009, also fünf Tage später, erhielt die Bank von dem Tode ihrer Kunden Kenntnis und die deutsche Rentenversicherung überwies, aus welchen Gründen auch immer, noch für den Monat Dezember 2009 und für den Januar 2010 Witwenrente auf, das Konto der Verstorbenen. Im Januar 2010 überwies dann die Bank das gesamte Sparguthaben von dem Girokonto an die Erben der Verstorbenen. Ja, und die deutsche Rentenversicherung verlangt jetzt von der Bank genau 727 Euro zurück, und die Bank sagt, nein, das Konto ist gelöscht, von uns kannst du das also sozusagen nicht wiedererlangen. Ja, und da gab es dann ein Klageverfahren, und in der ersten Instanz vor dem Sozialgericht hat die deutsche Rentenversicherung Recht bekommen, und im Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht hat dann die Bank Recht bekommen. Und jetzt ist die ganze Sache vor das Bundessozialgericht gekommen, und zwar vor dem 5. Senat des Bundessozialgerichts, und dieser wollte die Revision der deutschen Rentenversicherung abweisen, aber sah sich gehindert durch eine andere Rechtsprechung des 13. Senats des Bundessozialgerichts. Und zwar ist, das ist das Interessante an der ganzen Sache hier, es gibt es nicht oft, aber in der Praxis kommt es dann doch schon mal vor, dass sich zwei Senate von höchsten Gerichten sozusagen mit ihren Auffassungen gegenüberstehen. Und es ging praktisch hier um die Geschichte, muss die Bank, die überzahlte Rente aus dem Bankkonto einer verstorbenen anderen, also die überzahlte Rente aus dem Bankkonto einer verstorbenen anderen Erben auszahlte, diese Zahlung an die deutsche Rentenversicherung zurückerstatten, wenn das Konto mittlerweile gelöscht ist. Das ist die streitige Frage. Und daraufhin hat der 5. Senat eine sogenannte Divergenzanfrage an den großen Senat des Bundessozialgerichts gestellt. Das heißt nichts anderes, Divergenz, wir weichen mit unserer Auffassung gegenüber der Rechtsauffassung des 13. Senats ab. Und der 13. Senat hat dazu auch schon Urteile gefällt, indem er gesagt hat, ja, die deutsche Rentenversicherung hat einen Anspruch auf Rücküberweisung, auch für den Fall, dass das Konto schon gelöscht ist. Ja, und der große Senat hat dann am 20.02. in dieser für die Praxis doch wichtigen Frage entschieden und hat gesagt, ja, lieber 5. Senat, die Rechtsauffassung des 13. Senats ist richtig und du musst sozusagen der Revision der deutschen Rentenversicherung stattgeben. Interessant an diesem ganzen Klageverfahren oder Revisionsverfahren war auch, dass dieser Rückerstattungsanspruch, den die deutsche Rentenversicherung direkt gegenüber der Bank hat, ein sogenannter öffentlich-rechtlicher Rückerstattungsanspruch ist. Der hat also nichts mit den Ansprüchen der Bank gegenüber den Erben oder dem Kontoinhaber zu tun und der große Senat hat auch klipp und klar gesagt, die Bank hat hier einen Fehler begangen. Sie hätte, als sie Kenntnis davon hatte, dass die G verstorben waren, das war ja praktisch fünf Tage, nachdem sie tot war, hatte sie ja schon Kenntnis, dann hätte sie ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht gelten machen müssen. Das heißt also, sie hätte das Guthaben aus dem Konto nicht auszahlen dürfen oder zumindest nicht in der Höhe auszahlen dürfen, wo Rentenleistungen durch die Rentenversicherung eingegangen sind, denn hier besteht ja immer die Möglichkeit, dass die deutsche Rentenversicherung Rückerstattungsansprüche gelten macht. Und ganz interessant an dem Fall war auch, dass nicht darüber entschieden worden ist oder nichts dazu gesagt worden ist, ob denn die Bank wiederum nunmehr Ansprüche gegenüber den Erben hat, also sozusagen sie einen Rückgriff gegenüber den Erben durchführen kann, dass sie das Geld von denen dann quasi wieder zurückerstattet bekommt. Das ist dann eine Frage, die hier Zivilgerichte zu entscheiden haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de unter dem Button Aktuelles. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.